Das ist also jene Turbine, die laut der russischen Gazprom gebraucht wird, um wieder volle 100% über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu liefern. Sie befindet sich, nach ihrer Wartung in Kanada, derzeit bei Siemens Energy im nordrhein-westfälischen Mühlheim an der Ruhr. Es gibt keine technischen Gründe für die Reduktion der Gaslieferung durch Nord Stream 1. Es gibt funktionierende Turbinen. Hier steht eine. Der Austausch dieser Turbinen kann im klassischen Routine-Rhythmus weiter stattfinden, wie das in den letzten Jahren auch immer der Fall war. Es müsste nur Gazprom als derjenige, der das zu bekommen hat, sagen, ich möchte die Turbine auch haben. Mitte Juni drosselt Gazprom die Liefermengen um fast die Hälfte, einen Monat vor den routinemäßigen Wartungsarbeiten an der Pipeline selbst. Kurz danach sinken die Mengen. Noch einmal auf nur noch 20% derzeit. Stets ist die Rede davon, dass eben dieses eine Ersatzteil fehlen würde. Der Westen umgeht also die eigenen Sanktionsbestimmungen, um die Turbine von Kanada über Deutschland nach Russland zu liefern. Und genau das nutzt Gazprom jetzt als Ausrede. Der Umweg entspreche nicht den Vertragsbedingungen. Papiere würden fehlen. Außerdem sei eine Lieferung der Turbine, sie gehört Gazprom, wegen der Sanktionen gegen Russland jetzt plötzlich unmöglich. Ein Szenario, auf das der deutsche Kanzler Olaf Scholz vorbereitet sein will. Denn das wäre ja ganz falsch, wenn wir einfach nur hoffen, dass andere sich an die Verträge halten, an die Vereinbarung, die sie lange geschlossen haben. Sondern wir müssen ja davon ausgehen, dass das nicht mehr so sicher ist. Längst bereitet sich Deutschland wie auch Österreich auf ein völliges Aus der Gaslieferungen aus Russland vor, so wie das Gazprom bereits mit einigen anderen europäischen Ländern gemacht hat. Andererseits hofft man natürlich mit diesem Auftritt, dass Moskau seine vertraglichen Verpflichtungen wieder einhält. Wie übrigens während des gesamten Kalten Krieges nach 1945 auch. Einer von Scholz' Vorgängern, Gerhard Schröder, bringt kurz zuvor nach seiner Reise nach Moskau eine andere Variante ins Spiel. Die fertige und funktionstüchtige, parallel geführte Pipeline Nord Stream 2. Schröder ist Verwaltungsschief der Betreiberfirma dieser Pipeline und war auch sonst in etlichen Funktionen Lobbyist russischer Staatskonzerne. Olaf Scholz kontert ihm, dass es gute Gründe für den beendeten Genehmigungsprozess gäbe und verweist auf die schon im April von russischer Seite stillgelegte Jamal-Pipeline, die ebenfalls genutzt werden könnte. Die Alternativen sind für Scholz allerdings wenig prickelnd. Einige deutsche Bundesländer hinken bei den Erneuerbaren deutlich hinterher. Die letzten Atomkraftwerke noch etwas laufen zu lassen, werde zwar geprüft, bringe aber nicht viel. Und Kohlekraftwerke werden zwar wieder angeworfen, können angesichts der Klimakrise aber nur eine Notlösung sein. Solange das so ist, kann Putin sein perfides Spiel mit dem Gas weiterspielen. An technische Probleme glaubt jetzt kaum noch jemand. ...